doch verbunden, wie zuverlässig ist sie? Ja, also wie ist sie entstanden? Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, dass im Hintergrund einfach der allmächtige Gott, der Schöpfer steht, der uns ja so geschaffen hat, dass wir durch unseren Verstand auch ihn erkennen können, mit ihm in Verbindung treten können. Und er spricht zu uns durch die Propheten. Und diese Propheten haben in seinem Auftrag das aufgeschrieben, was er uns als Menschen vermitteln wollte. Die Bibel hat ja verschiedene Inhalte, Geschichtsbücher, dann gibt es Gesetzesbücher, dann gibt es diese prophetischen Bücher, dann gibt es im Neuen Testament einfach Erzählungen über das Leben Jesu, dann auch die Briefe der verschiedenen Apostel. Und da ist die Frage, wie zuverlässig sind diese Quellen, denn es gibt ja heute kein einziges Original. Ja, wie zuverlässig. Das ist jetzt etwas, was mich sehr beschäftigt hat. Denn man kann sich nur auf ein Buch verlassen, wenn man auch die Quellen kennt. Und ich bin überzeugt, dass Gott die Menschen benutzt hat, in ihrer Sprache, in ihrer Ausdrucksweise, das darzustellen, was sie von Gott empfangen haben. Gott hat ja durch die Propheten direkt gesprochen und sie haben jeweils angepasst an die Situation, in die sie hineingesprochen haben, auch unterschiedliche Botschaften verkündigt. Von der Bibel gibt es über 5000 Manuskripte, die verschiedensten. Wenn man an andere antike Schriftsteller denkt, ob das jetzt Herodot oder Homer oder auch die römischen Cäsaren sind, das sind das oft nur ein Dutzend oder knapp ein Dutzend. Also man hat viel Vergleichsmöglichkeiten, um zumindest seine Zuverlässigkeit oder Echtheit erkennen zu können. Also das ist so ein Punkt, der mich in Bezug auf die Bibel sehr zuversichtlich stimmt. Also die Zeit zwischen Herodot und den Manuskripten, die man von ihm kennt, da liegen 3000 Jahre dazwischen. Während das, was wir von der Bibel an Manuskripten finden, in Bezug auf das Neue Testament, ja ganz nah ran reicht an die Zeit der Apostel. Die ersten kleinen Bruchstücke der Heiligen Schrift stammen aus dem Jahr 52 nach Christus. Und Christus ist ja dann gen Himmel gefahren, etwa um das Jahr 34 nach. Das ist ja sehr nah an der Zeit der Verkündigung der Apostel. Und man hat all diese vielen Manuskripte ja gesammelt. Hier in Deutschland gibt es in Münster eine Zentrale, die all diese, also an der Universität, die all diese Manuskripte gesammelt hat, natürlich fotografiert hat, denn die Originale liegen in den verschiedenen Museen, auch im Vatikan. Und man kann sie miteinander vergleichen und kann sehr gut herausfinden, was der ursprüngliche Text beinhaltet. Wenn man die Bibel in die Hand nimmt und man liest sie, mit welcher Gewissheit kann man sagen, ich traue mir zu, die Bibel zu verstehen? Also wenn Gott sagt durch Jesaja, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft, dann bin ich überzeugt, dass er die Bibel so hat schreiben lassen durch die Propheten, dass wir es auch verstehen können. Das ist ja ein Testament an uns. Und was würde es nützen, wenn wir kein Verständnis hätten? Also ich bin überzeugt, dass man die Bibel verstehen kann. Ich habe hier ein Buch in der Hand und ich blättere mal so kurz durch. Das Buch heißt »Verstehst du auch, was du liest?« Und das haben Sie geschrieben vor ungefähr neun Jahren. Was hat Sie dazu veranlasst, ein Buch zu schreiben oder zumindest über kritische Stellen? Es sind mindestens 70 Bibelstellen, die schwierige Bibelstellen genannt werden. Da möchte ich dann auch noch Sie bitten, eine Erklärung zu geben. Was versteht man unter einem schwierigen Bibeltext? Haben Sie dieses Buch verfasst? Was hat Sie dazu veranlasst? Also mir liegt sehr daran, Hilfestellung zu geben, dass Menschen, die die Bibel lesen, sie auch richtig verstehen. Und dieses richtig Verstehen bezieht sich, was dieses Buch anbelangt, darauf, dass die Übersetzungen so sind, dass sie in den Zusammenhang der Gesamtaussage der Heiligen Schrift passen. Und zum Beispiel war der Ausgangspunkt, der mich veranlasst hat, dieses Buch zu schreiben, folgender. Im Neuen Testament steht im Lukas, dass Jesus gesagt hat, wer nicht Vater und Mutter hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Als ich diesen Text gelesen habe, habe ich mir gesagt, das kann unmöglich so von Jesus gesagt worden sein. Er hat ja auch nicht Griechisch gesprochen. Das Lukas-Evangelium ist ja Griechisch geschrieben. Und Lukas hat eben das Wort für Hassen benutzt, Missäen. Und ich habe mir bewusst gemacht, Christus hat Aramäisch gesprochen. Und das Wort im Aramäischen, was er benutzt hat für Hassen, das ist ein sehr viel umfangreicheres Wort, was den Inhalt anbelangt. Es heißt ja zunächst mal an die zweite Stelle stellen, weniger lieben und in der letzten Ausführung dann natürlich auch hassen. Und Matthäus, der ja die Parallelstelle zu dieser Lukas-Aussage ist, der hat das sehr gut empfunden, dass er das deutlicher ausdrücken musste. Er hat gesagt, wer Vater und Mutter mehr liebt, denn mich, der ist meiner nicht wert. Und so war das der Anlass, mit diesen sprachlichen, genaueren Übersetzungen das Verstehen zu stärken oder zu klären. Aber da hebt sich auch die Frage, was hat sich dann der Übersetzer dabei gedacht, wenn er sagt, Hassen. Wenn es doch diese Bandbreite gibt von Möglichkeiten, ist es vielleicht doch deshalb gut, verschiedene Bibelübersetzungen herzunehmen. Deine nimmt eben Hassen, der andere einen anderen Begriff, der vom Ursprünglichen her genauso zulässig ist. Also der Übersetzer hat sich genau nach dem Griechischen gerichtet. Missäen heißt Hassen und nichts anderes. Also der griechische Begriff ist sehr viel enger gefasst als der hebräische und sehr viel negativer, während der hebräische Begriff sehr viel weiter ist. Und den hat Matthäus mehr berücksichtigt, indem er es umschrieben hat. Das würde aber doch heißen, man ist letztlich schon auf Menschen angewiesen, die hier von den Sprachen etwas verstehen, die jetzt auch verstehen, diese Dinge zu interpretieren. Gut, also eine gute Übersetzung kann natürlich sehr hilfreich sein. Aber für mich ist zunächst mal wichtig, es gibt vier Evangelien, die sich auch gegenseitig erklären. Wer also den Paralleltext von Lukas dann in Matthäus liest, der hätte jetzt schon als einfacher Leser den Hinweis, dieses Hassen bedeutet eigentlich mehr lieben oder weniger lieben. Man kann innerhalb der Heiligen Schrift durch diese vergleichenden Texte und das gerade bei den Evangelien schon sehr viel Klarheit gewinnen. Aber, und das war der Inhalt meines Buches, ich habe dann immer versucht, mir zu überlegen, Christus hat ja Aramäisch gesprochen, welche Begriffe hat er benutzt und bin dann von diesen hebräischen Begriffen ausgegangen, die vom Inhalt her sehr viel umfassender sind, um dann den Text noch tiefer zu verstehen, noch klarer zu verstehen. Aber das Buch geht ja nicht nur auf Text im Neuen Testament, sondern auch auf Text im Alten Testament ein. Ja, natürlich. Ist das Alte Testament hier vielleicht weniger missverständlich? Ja, man muss auch im Alten Testament jetzt das Problem des Übersetzers sehen. Er hat einen hebräischen Begriff, nehmen wir mal diesen bekannten Begriff Shalom, der ja sehr viele Begriffsvarianten hat. Das kann ja heißen Heil und Frieden und Gesundheit und Segen. Und der Übersetzer aus dem, was er aus dem Zusammenhang erkennt, wählt jetzt aus diesen vielen Möglichkeiten der hebräischen Verstehensvarianten den aus, der ihm am nächsten liegt. Ja, insofern kommt es schon auf den Übersetzer an, wie er den Text empfindet und rüberbringt. Wie kann ich als Mensch, der überhaupt kein theologisches Studium hat, der die Bibel das erste Mal in der Hand bekommt, darauf vertrauen, wenn ich sie lese, kann ich sie auch verstehen und bin nicht auf Theologen oder Interpreten angewiesen? Darf ich mir das zutrauen? Ja, natürlich. Gott würde uns Menschen nicht ansprechen, wenn er es sich nicht so ausgedrückt hätte durch die Propheten, durch die Apostel, dass wir ihn verstehen. Ja, sein Wort ist ein Wort an jeden Menschen, auch an den einfachen Menschen. Und Gottes Wort ist von dem tiefsten Inhalt her, vom Evangelium her, in jeder Bibel, in jeder Übersetzung zu verstehen. Ob das jetzt eine moderne Übersetzung ist oder eine genauere Übersetzung, die sich mehr an den Grundtext hält. Es gibt aber auch christliche Richtungen, die sagen, der Mensch alleine, also sozusagen der Laie, der gewöhnliche Mensch, kann die Bibel nicht auslegen. Er ist angewiesen auf, ob das jetzt Pfarrer, Pastoren oder Hirten sind, angewiesen, um die Bibel interpretieren zu können. Nur einige wenige sind auserwählt, die Bibel zu verstehen und sie auch auszulegen. Also ich denke, dass das ein Ansatz ist, der so nicht stimmen kann. Ja, wir sind nicht angewiesen darauf, wenn Gott uns direkt anspricht durch sein Wort, dass da noch andere uns erklären, wie man es verstehen muss. Es ist sicher bei einigen Bibeltexten, und die habe ich ja in dem Buch auch angeführt, nicht so einfach, das zu verstehen, was im Zusammenhang jetzt gemeint ist. Das Problem kommt eigentlich gerade durch die Theologen, die jetzt ihre Steckenpferde reiten, die ihre gewissen Voraussetzungen mitbringen, wie sie die Bibel verstehen und wie sie dann meinen, ihr Verständnis auch vermitteln zu müssen. Das verkompliziert die Sache. Gottes Wort ist so zu verstehen von jedem Menschen, wie Gott uns auch anspricht. Würde das heißen, die eigentliche Botschaft, die die Bibel hat, dass Gott mir eine Botschaft geben will zum Verständnis, wie zum Beispiel, er ist Schöpfer, Erhalter, er ist Erlöser, Das kann im Grunde jeder einfache Mensch verstehen. Wenn es um gewisse Spitzfindigkeiten geht, wo man sagt, okay, da brauche ich ein historisches Lexikon oder irgendein Sprachlexikon, um das besser auslegen zu können, dann bin ich auf gelehrte Menschen angewiesen. Aber den eigentlichen Inhalt, den kann jeder verstehen. Genau, das sehe ich also auch so. Und der eigentliche Inhalt ist das Evangelium, dass der allmächtige Gott, der uns geschaffen hat, dass er das große Problem, in dem wir leben und unter dem wir leiden, löst, nämlich wie werde ich mit meiner Schuld fertig. Ja, Gott hat ja gesagt, wer sündigt, der muss sterben. Er passt nicht in meine heile Welt. Er wird nicht auf der neuen Erde leben können. Und durch das Opfer seines Sohnes, dadurch, dass Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, ist die Möglichkeit da, dass er uns Sünde vergibt. Und diese Botschaft, dieses Evangelium, er starb für uns, er vergibt uns unsere Schuld, er gibt uns die Möglichkeit zum ewigen Leben, die ist in jeder Bibel, in jeder Bibelübersetzung deutlich zu erkennen und zu verstehen. Die Bibel ist Gottes Buch, so heißt es, aber doch, sie ist vom Menschen geschrieben. Ja, ist sie jetzt Gottes Buch oder Menschenbuch? Was sagt die Bibel eigentlich über sich selbst aus im Punkt der Glaubwürdigkeit? Ja, die Bibel sagt natürlich von sich, dass sie geschrieben wurde, getrieben durch den Heiligen Geist. Das heißt also, dass all die Schreiber in Anspruch nehmen, dass die Gedanken, die sie darstellen, zwar in ihrem Stil, mit ihrem Wortschatz, aber letztlich doch Geschenke sind, die Gott ihnen vermittelt hat. Das, was sie von Gott erkannt haben, haben sie mit ihren Worten dargestellt. Und sie gehen ganz bewusst einen Schritt zurück und sagen, es ist eigentlich der Heilige Geist, der uns getrieben hat. Ich bin überzeugt, dass die Bibel inspiriert wurde, nicht so wie manche Menschen glauben, wörtlich jetzt von Gott diktiert, sondern er hat die Schreiber inspiriert, dass sie in ihrer Art das wiedergegeben haben, was er ihnen vermittelt hat. Also man kann im Grundtext sehr gut feststellen, dass Paulus einen anderen Stil hat als Johannes. Aber das ändert nichts daran, dass der letztliche Schreiber, der ist der Heilige Geist. Eigentlich die einzigen wörtlichen, von Gott quasi diktierten oder geschriebenen Worte nur die zehn Gebote sind. Alles andere ist, wie sie ausgeführt haben, Interpretation. Das heißt, ist durch Inspiration des Heiligen Geistes geschehen, wo der Verfasser selber seine eigenen Worte gefunden und formuliert hat, mit Ausnahme der zehn Gebote. Gut, also die zehn Gebote ist ganz klar, aber manche Propheten sagen ja auch, wenn Gott sagt, und dann kommt auch wirklich eine Anführungsstriche und dann kommt eine Botschaft Gottes, die sie auch so vermittelt haben, wie Gott sie ihnen gesagt hat. Auch im Neuen Testament, wenn bei der Taufe Jesu die Stimme zu hören ist, dieses mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, das nehme ich auch noch als wörtlich von Gott geoffenbart. Die Heilige Schrift, die Bibel erhebt eigentlich einen sehr hohen Anspruch. Sie erhebt auch den Anspruch, die Wahrheit zu sein. Wie ist das zu verstehen? Gibt es außer der Bibel keine Wahrheit? Es gibt sicher Wahrheiten. Es gibt nur mathematische Wahrheiten und andere Wahrheiten. Aber es geht ja hier darum, dass die Wahrheit über Gott geoffenbart wurde. Und das geht Jesus ja so weit, dass er sagt, ich bin eigentlich die Wahrheit. Ich bin das Zentrum. Alles, was sich mit mir beschäftigt und mit dieser Botschaft, ich bin für euch gestorben, das ist diese geistliche Wahrheit, die jeder Mensch braucht. Und das Problem ist natürlich bei den Theologen, dass sie so gewisse Auslegungen haben, um nochmal auf ihre Frage zu kommen. Ich halte dieses Prinzip, dass nur wenige die Befähigung haben, Gottes Wort richtig zu verstehen. Dieses Prinzip, das wir auch so als päpstliches Prinzip kennen, dass nur einer die Befähigung hat, die Vollmacht hat, Gottes Wort zu verstehen. Wenn er Ex-Kathetra spricht, das heißt irgendein Dogma verkündigt, dann ist das wie von Gott gegeben. Dieses Prinzip halte ich für nicht richtig. Wie ist das jetzt zu verstehen? Der Paulus hat eine Meinung gehabt. Er hat in die verschiedenen Gemeinden, an verschiedene Personen geschrieben. Und das ist später zu den Heiligen Schriften gekommen. Wer hat das bestimmt? Wer bestimmt darüber, das ist Heilige Schrift und das nicht? Denn wir wissen, es gibt Schriften, die wurden nicht anerkannt, obwohl manche sagten, die sollten dazu gehören. Also wer hat das letztlich bestimmt? Und können wir das auch so annehmen? Ja, diese Bestimmung, die Bücher, die als Wort Gottes gelten, das ist absolut richtig. Das ist eine sehr wichtige und auch grundlegende Frage. Die katholische Kirche nimmt ja einen Anspruch, dass sie praktisch festgelegt hat auf den Konzilien, welche Schriften nun kanonisch sind, also zur Bibel gehören und welche nicht. Aber ich sehe das so, dass man auf diesen Konzilien zusammengekommen ist. Bei der Einleitung wurde gesagt, bringt Listen mit von den Büchern, die in euren Gemeinden anerkannt worden sind als Heilige Schrift. Und man hat auf diesen Konzilien verglichen, solche Listen sind ja auch gefunden worden, überliefert worden, sodass die eigentlichen Entscheidungen darüber, welches Buch des Neuen Testamentes, auch des Alten, anerkannt worden sind als Gottes Wort, in den Gemeinden unter der Leitung des Heiligen Geistes getroffen wurden. Also nicht die Bischöfe haben gesagt, dieses Buch gehört dazu. Und der Hirte des Hermas, die Didache, neutestamentliche Schriften, die nun nicht in der Heiligen Schrift anerkannt sind, die gehören nicht dazu. Die Entscheidung wurde in den Gemeinden getroffen. Ja, dort hat man erkannt, wer spricht hier bevollmächtigt durch den Heiligen Geist. Es waren nicht die Konzilien, die es festgelegt haben, sondern die letztlich zusammengefasst haben, was in den Gemeinden anerkannt wurde. Dann habe ich hier ein Buch aus der Antike und frage mich, was soll ich heute mit diesem Buch? Was Gott damals zu diesem Menschen gesagt hat, welche Relevanz hat das für mein heutiges Leben, hier und jetzt? Also im Neuen Testament schreibt Paulus ja in 1. Korinther Kapitel 10, dass die Schriften des Alten Testamentes, das war ja seine Bibel, uns überliefert worden sind, dass wir daraus lernen, dass wir daraus Gott kennenlernen. Und aus dem, was er, Gott nämlich, gehandelt hat im Leben der Israeliten, also im Folge Israel, sind ja Rückschlüsse zu ziehen in Bezug auf die Erkenntnis Gottes. Wie hat er mit ihnen das Leben gestaltet? Wie geduldig ist er mit ihnen gewesen? Wie hat er ihre Fehler vergeben? Wie hat er ihnen einen neuen Ansatz gegeben? Man kann Gott sehr gut im Alten Testament in seiner Barmherzigkeit, in seiner Güte erkennen, aber auch in seiner konsequenten Haltung. Er ist ja nicht nur der Gott, der uns erlöst. Er ist ja auch der Richter, der feststellt, ob Menschen ihr Herz geöffnet haben für seine Botschaft. Also das, was grundsätzlich als Wesen Gottes zu erkennen ist im Alten Testament, das hat für uns immer noch Bedeutung. Gott ist immer noch der Gleiche, der sich in seinem Sohn dann in seiner Liebe und Barmherzigkeit dann ganz offenbart hat. Wie würden Sie die ganz zentrale Botschaft der Heiligen Schrift zusammenfassen, warum sie für uns Menschen heute noch so ganz wichtig ist? Also ich bleibe mal bei diesem Text im Jesaja 48, Vers 17. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft. Gott will uns helfen. Er hat uns nicht nur geschaffen als seine Geschöpfe, sondern er will uns auch für unser irdisches Leben Hilfen geben. Und das macht er nicht nur für das alltägliche Leben. Es ist ja erstaunlich, was im Alten Testament alles so steht, in Bezug auf Hygienevorschriften. Ja, da hat er sich auch darum gekümmert. Sondern das Eigentliche, er will uns die Möglichkeit anbieten, wenn wir an ihn glauben, die Schuldfrage zu klären. Und dieses große Problem ist ein Angebot Gottes im Alten und im Neuen Testament. Beide Testamente verhalten sich so. Das Alte Testament verheißt den Erlöser. Das Neue Testament offenbart, wie er in dieser Welt dann aufgetreten ist und wie er für uns gestorben ist. Beide Testamente gehören zusammen. Ein sehr interessantes Buch ist ja das letzte Buch im Neuen Testament, der Apokalypse oder auch Offenbarung des Johannes genannt, wo Prophezeiungen sind. Es ist von Endzeit die Rede, von der Wiederkunft Jesu, von der Auslöschung des Bösen und von der Neuschaffung einer neuen Erde, die Gott machen will. Das sind sehr, sehr viele Bilder, fast wie ein Bilderbuch. Welchen Anspruch kann jetzt ein ganz gewöhnlicher Leser haben, zu sagen, ich lese und ich verstehe? Also gerade die Offenbarung war auch in der ursprünglichen Zeit, als die Gemeinden darüber diskutierten, wollen wir das anerkennen, als zu Gottes Wort gehörig, umstritten, weil sie eben so aus dem Rahmen fällt, wie Sie schon sagen. Sie enthält sehr viele Bilder. Sie ist nicht so geschrieben wie ein Evangelium, sondern sie ist interpretationsfähig. Und nach meiner Erkenntnis hat Gott hier etwas ganz Geniales entstehen lassen durch Johannes auf der Insel Patmos, der in der Verbannung dort Gott begegnet ist und diese Offenbarung geschrieben hat. Bilder sind zu verstehen in der jeweiligen Situation der Menschen. Ich muss Folgendes hinzufügen. Wir haben nur unsere Lebenszeit, um uns mit Gott in Verbindung zu setzen, um die Entscheidung zu treffen, für oder gegen Gott. Und die eine Tatsache, die hat Gott ja immer im Blick, die Weltgeschichte hat einmal ein Ziel, wenn Jesus wiederkommt. Und jetzt ist die Offenbarung so gestaltet, dass jede Generation sich in den wesentlichen Aussagen in Bezug auf dieses Ziel wiedergefunden hat. Man ist also so weit, dass die Urgemeinde zum Beispiel geglaubt hat, dieses Tier in der Offenbarung, das dort so gegen die Gläubigen wütet, das kann ja nur Nero sein. Für ihre Zeit damals eine interessante Interpretation. Man hat festgestellt durch die Unterlagen zum Beispiel der Waldenser, dass sie gesagt haben, das, was wir erleben in der Verfolgung jetzt durch die damalige Großkirche. Das ist ja genau in der Offenbarung schon dargestellt. Die Huguenotten, sie haben sich in der Offenbarung gefunden, in der Offenbarung 12. Sie haben gesagt, wir sind die Kirche in der Wüste. Und all diese Generationen haben aus dem, was in der Offenbarung steht, die Zuversicht gewonnen, Christus kommt bald. Und das hat sie in ihrem Glauben bestärkt, hat ihnen Kraft vermittelt, Zuversicht vermittelt, durchzuhalten. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist das nicht Betrug von Gott? Wenn er ein Buch so schreibt, dass jede Generation sich darin wiederfindet, in dem Gedanken, der Herr kommt ja bald. Ich finde, dass das die richtige und einzige Realität ist, in der wir leben. Zur Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi haben wir nur unser irdisches Leben. Aber dann könnte man sagen, gut, das ist dann eine zeitliche Auslegung der Menschen in der jeweiligen Zeit, aber letztlich muss es doch eine Realität geben, die über dieser zeitlichen Auslegung der jeweiligen Generation steht. Natürlich, die Realität ist, Christus wird wiederkommen. Er wird diese sündige Welt beenden und wird das fortsetzen, was er zu Beginn der Schöpfung gewollt hat, nämlich, dass reine Menschen mit ihm in Ewigkeit zusammenleben. Das wird er fortsetzen, wenn er wiederkommt. Und das ist das, was der Gläubige erlebt. Wenn ein Abraham die Augen öffnet, dann wird er sagen, ich habe gewusst, Christus kommt bald wieder, der Messias kommt bald wieder. Die Zeit des Todes ist eine Zeit ohne Bewusstsein. Und so lebt also jeder eigentlich in der Endzeit, in dieser Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Und das ist eine sehr liebevolle Art, dass Gott uns nicht sagt, er hätte Paulus sagen können, also in 2000 Jahren wird man deine Briefe noch lesen. Das wäre, nehme ich an, sehr entmutigend gewesen für Paulus, der ja glaubte, wir, die wir leben und übrig bleiben. Er hat ja erwartet, Christus kommt bald. Und das hat ihn motiviert, durch die damalige Welt dort um das Mittelmeer herum zu missionieren. Hätte er gewusst, es vergehen noch so viele Jahrhunderte. Er hat geglaubt, der Herr kommt bald, und das hat ihm Mut gemacht. Die Waldenser haben geglaubt, der Herr kommt bald, sie sind im Glauben festgeblieben. Die Huguenotten haben sich verfolgen lassen in der Gewissheit, der Herr kommt bald. Ich lebe in der Gewissheit, der Herr kommt bald. Und das ist die eigentliche Realität. Wenn ich die Augen schließe, wird der nächste bewusste Augenblick, den ich erlebe, sein, Christus ist wiedergekommen. Von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten, wie es im Glaubensbekenntnis ja auch gesagt wird. Das klingt für mich jetzt auch, als wäre das für Sie eigentlich diese treibende Kraft, auch über die Bibel zu reden, Vorträge, Predigten zu erhalten, Menschen Mut zu machen, die Bibel zu lesen. Genau, das hat mich bewogen, meinen ursprünglichen Plan. Ich wollte Maschinenbauingenieur werden und von meiner Begabung her, Mathematik und Physik und Chemie, das sind eigentlich die Bereiche, in denen ich mich sehr wohl gefühlt habe. Aber dieser Gedanke, den wir gerade geäußert haben, der hat mich bewogen, eben Pastor zu werden, um den Menschen darauf aufmerksam zu machen. Es gibt eine wichtigere Erkenntnis, nämlich die, was tut Gott für uns und wie werde ich einmal das ewige Leben erreichen durch seine Gnade. Das ist viel wichtiger, als irgendwie als Ingenieur vielleicht eine kleine Erfindung zu machen, die einer Firma hilft, etwas zu produzieren, was noch Geld einbringt. Darum geht es ja in der Welt. Also die Bibel hat Gott für jeden Menschen geschrieben. Manche nennen es auch einen Liebesbrief, wo jeder für sich wirklich so Wertvolles für sein Leben in der Beziehung zu Gott gewinnen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich war im Gespräch mit Pastor, Seelsorger und Autor Harald Weigt. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Unseren Zuhörern sage ich auch herzlichen Dank fürs Zuhören und genannt werden. Da möchte ich dann auch noch Sie bitten, eine Erklärung zu geben. Was versteht man unter einem schwierigen Bibeltext? Erst haben Sie dieses Buch verfasst. Was hat Sie dazu veranlasst? Also mir liegt sehr daran, Hilfestellung zu geben, dass Menschen, die die Bibel lesen, sie auch richtig verstehen. Und dieses richtig Verstehen bezieht sich, was dieses Buch anbelangt, darauf, dass die Übersetzungen so sind, dass sie in den Zusammenhang der Gesamtaussage der Heiligen Schrift passen. Und zum Beispiel war der Ausgangspunkt, der mich veranlasst hat, dieses Buch zu schreiben, folgender. Im Neuen Testament steht im Lukas, dass Jesus gesagt hat, wer nicht Vater und Mutter hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Als ich diesen Text gelesen habe, habe ich mir gesagt, das kann unmöglich so von Jesus gesagt worden sein. Er hat ja auch nicht Griechisch gesprochen. Das Lukas-Evangelium ist ja griechisch geschrieben. Und Lukas hat eben das Wort für Hassen benutzt, Missäen. Und ich habe mir bewusst gemacht, Christus hat Aramäisch gesprochen. Und das Wort im Aramäischen, was er benutzt hat für Hassen, das ist ein sehr viel umfangreicheres Wort, was den Inhalt anbelangt. Das heißt ja zunächst mal, an die zweite Stelle stellen, weniger lieben und in der letzten Ausführung dann natürlich auch hassen. Und Matthäus, der ja die Parallelstelle zu dieser Lukas-Aussage ist, der hat das sehr gut empfunden, dass er das deutlicher ausdrücken musste. Er hat gesagt, wer Vater und Mutter mehr liebt, denn mich, der ist meiner nicht wert. Und so war das der Anlass, mit diesen sprachlichen, genaueren Übersetzungen das Verstehen zu stärken oder zu klären. Aber da hebt sich auch die Frage, was hat sich dann der Übersetzer dabei gedacht, wenn er sagt, hassen. Wenn es doch diese Bandbreite gibt von Möglichkeiten, ist es vielleicht auch deshalb gut, verschiedene Bibelübersetzungen herzunehmen. Deinen nimmt eben hassen, der andere einen anderen Begriff, der vom Ursprünglichen her genauso zulässig ist. Also der Übersetzer hat sich genau nach dem Griechischen gerichtet. Myseen heißt hassen und nichts anderes. Also der griechische Begriff ist sehr viel enger gefasst als der hebräische und sehr viel negativer, während der hebräische Begriff sehr viel weiter ist. Und den hat Matthäus mehr berücksichtigt, indem er es umschrieben hat. Das würde aber doch heißen, man ist letztlich schon auf Menschen angewiesen, die hier von den Sprachen etwas verstehen, die jetzt es auch verstehen, diese Dinge zu interpretieren. Gut, also eine gute Übersetzung kann natürlich sehr hilfreich sein. Aber für mich ist zunächst mal wichtig, es gibt viel, ist die Möglichkeit da, dass er uns Sünde vergibt. Und diese Botschaft, dieses Evangelium, er starb für uns, er vergibt uns unsere Schuld, er gibt uns die Möglichkeit zum ewigen Leben, die ist in jeder Bibel, in jeder Bibelübersetzung deutlich zu erkennen und zu verstehen. Die Bibel ist Gottes Buch, so heißt es, aber doch, sie ist vom Menschen geschrieben. Ja, ist sie jetzt Gottes Buch oder Menschenbuch? Was sagt die Bibel eigentlich über sich selbst aus im Punkt der Glaubwürdigkeit? Ja, die Bibel sagt natürlich von sich, dass sie geschrieben wurde, getrieben durch den Heiligen Geist. Das heißt also, dass all die Schreiber in Anspruch nehmen, dass die Gedanken, die sie darstellen, zwar in ihrem Stil, mit ihrem Wortschatz, aber letztlich doch Geschenke sind, die Gott ihnen vermittelt hat. Das, was sie von Gott erkannt haben, haben sie mit ihren Worten dargestellt. Und sie gehen ganz bewusst einen Schritt zurück und sagen, es ist eigentlich der Heilige Geist, der uns getrieben hat. Ich bin überzeugt, dass die Bibel inspiriert wurde, nicht so wie manche Menschen glauben, wörtlich jetzt von Gott diktiert, sondern er hat die Schreiber inspiriert, dass sie in ihrer Art das wiedergegeben haben, was er ihnen vermittelt hat. Also man kann im Grundtext sehr gut feststellen, dass Paulus einen anderen Stil hat als Johannes. Aber das ändert nichts daran, dass der letztliche Schreiber, der ist der Heilige Geist. Eigentlich die einzigen wörtlichen, von Gott quasi diktierten oder geschriebenen Worte nur die zehn Gebote sind. Alles andere ist, wie sie ausgeführt haben, Interpretation. Das heißt, ist durch Inspiration des Heiligen Geistes geschehen, wo der Verfasser selber seine eigenen Worte gefunden und formuliert hat. Mit Ausnahme der zehn Gebote. Gut, also die zehn Gebote ist ganz klar, aber manche Propheten sagen ja auch, Gott sagt, und dann kommt auch wirklich eine Anführungsstriche und dann kommt eine Botschaft Gottes, die sie auch so vermittelt haben, wie Gott sie ihnen gesagt hat. Auch im Neuen Testament, wenn bei der Taufe Jesu die Stimme zu hören ist, dieses mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, das nehme ich auch noch als wörtlich von Gott geoffenbart. Die Heilige Schrift, die Bibel erhebt eigentlich einen sehr hohen Anspruch, sie erhebt auch den Anspruch, die Wahrheit zu sein. Wie ist das zu verstehen? Gibt es außer der Bibel keine Wahrheit? Es gibt sicher Wahrheiten. Es gibt nur mathematische Wahrheiten und andere Wahrheiten. Aber es geht ja hier darum, dass die Wahrheit über Gott geoffenbart wurde. Und das geht Jesus ja so weit, dass er sagt, ich bin eigentlich die Wahrheit. Ich bin das Zentrum. Alles, was sich mit mir beschäftigt und mit dieser auf den Konzilien, welche Schriften nun kanonisch sind, also zur Bibel gehören und welche nicht. Aber ich sehe das so, dass man auf diesen Konzilien zusammengekommen ist. Bei der Einleitung wurde gesagt, bringt Listen mit von den Büchern, die in euren Gemeinden anerkannt worden sind als Heilige Schrift. Und man hat auf diesen Konzilien verglichen, solche Listen sind ja auch gefunden worden, überliefert worden, so dass die eigentlichen Entscheidungen darüber, welches Buch des Neuen Testamentes, auch des Alten, anerkannt worden sind als Gottes Wort, in den Gemeinden unter der Leitung des Heiligen Geistes getroffen wurden. Also nicht die Bischöfe haben gesagt, dieses Buch gehört dazu. Und der Hirte des Hermas, die Didache, neutestamentliche Schriften, die nun nicht in der Heiligen Schrift anerkannt sind, die gehören nicht dazu. Die Entscheidung wurde in den Gemeinden getroffen. Ja, dort hat man erkannt, wer spricht hier bevollmächtigt durch den Heiligen Geist. Es waren nicht die Konzilien, die es festgelegt haben, sondern die letztlich zusammengefasst haben, was in den Gemeinden anerkannt wurde. Dann habe ich hier ein Buch aus der Antike und frage mich, was soll ich heute mit diesem Buch? Was Gott damals zu diesen Menschen gesagt hat, welche Relevanz hat das für mein heutiges Leben, hier und jetzt? Also im Neuen Testament schreibt Paulus ja in 1. Korinther Kapitel 10, dass die Schriften des Alten Testamentes, das war ja seine Bibel, uns überliefert worden sind, dass wir daraus lernen, dass wir daraus Gott kennenlernen. Und aus dem, was er, Gott nämlich, gehandelt hat im Leben der Israeliten, also im Folge Israel, sind ja Rückschlüsse zu ziehen in Bezug auf die Erkenntnis Gottes. Wie hat er mit ihnen das Leben gestaltet? Wie geduldig ist er mit ihnen gewesen? Wie hat er ihre Fehler vergeben? Wie hat er ihnen einen neuen Ansatz gegeben? Man kann Gott sehr gut im Alten Testament in seiner Barmherzigkeit, in seiner Güte erkennen, aber auch in seiner konsequenten Haltung. Er ist ja nicht nur der Gott, der uns erlöst, er ist ja auch der Richter, der feststellt, ob Menschen ihr Herz geöffnet haben für seine Botschaft. Also das, was grundsätzlich als Wesen Gottes zu erkennen ist im Alten Testament, das hat für uns immer noch Bedeutung. Gott ist immer noch der Gleiche, der sich in seinem Sohn dann, in seiner Liebe und Barmherzigkeit dann ganz offenbart hat. Wie würden Sie die ganz zentrale Botschaft der Heiligen Schrift zusammenfassen, warum sie für uns Menschen heute noch so ganz wichtig ist? Also ich bleibe mal bei diesem Text im Jesaja 48, Vers 17. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft. Gott will uns helfen. Er hat uns nicht nur geschaffen als seine Geschöpfe, sondern er will uns auch für unser irdisches Leben helfen, Hilfen geben. Und das macht er nicht nur auch in seiner konsequenten Haltung. Er ist ja nicht nur der Gott, der uns erlöst. Er ist ja auch der Richter, der feststellt, ob Menschen ihr Herz geöffnet haben für seine Botschaft. Also das, was grundsätzlich als Wesen Gottes zu erkennen ist im Alten Testament, das hat für uns immer noch Bedeutung. Gott ist immer noch der Gleiche, der sich in seinem Sohn dann, in seiner Liebe und Barmherzigkeit dann ganz offenbart hat. Wie würden Sie die ganz zentrale Botschaft der Heiligen Schrift zusammenfassen, warum sie für uns Menschen heute noch so ganz wichtig ist? Also ich bleibe mal bei diesem Text im Jesaja 48, Vers 17. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft. Gott will uns helfen. Er hat uns nicht nur geschaffen als seine Geschöpfe, sondern er will uns auch für unser irdisches Leben Hilfen geben. Und das macht er nicht nur für das alltägliche Leben. Es ist ja erstaunlich, was im Alten Testament alles so steht in Bezug auf Hygienevorschriften. Ja, da hat er sich auch darum gekümmert, sondern das Eigentliche, er will uns die Möglichkeit anbieten, wenn wir an ihn glauben, die Schuldfrage zu klären. Und dieses große Problem ist ein Angebot Gottes im Alten und im Neuen Testament. Beide Testamente verhalten sich so. Das Alte Testament verheißt den Erlöser. Das Neue Testament offenbart, wie er in dieser Welt dann aufgetreten ist und wie er für uns gestorben ist. Beide Testamente gehören zusammen. Ein sehr interessantes Buch ist ja das letzte Buch im Neuen Testament, die Apokalypse oder auch Offenbarung des Johannes genannt, wo Prophezeiungen sind. Es ist von Endzeit die Rede, von der Wiederkunft Jesu, von der Auslöschung des Bösen und von der Neuschaffung einer neuen Erde, die Gott machen will. Das sind sehr, sehr viele Bilder, fast wie ein Bilderbuch. Welchen Anspruch kann jetzt ein ganz gewöhnlicher Leser haben, zu sagen, ich lese und ich verstehe? Also gerade die Offenbarung war auch in der ursprünglichen Zeit, als die Gemeinden darüber diskutierten, wollen wir das anerkennen, als zu Gottes Wort gehörig, umstritten. Weil sie eben so aus dem Rahmen fällt, wie Sie schon sagen. Sie enthält sehr viele Bilder. Sie ist nicht so geschrieben wie ein Evangelium, sondern sie ist interpretationsfähig. Und nach meiner Erkenntnis hat Gott hier etwas ganz Geniales entstehen lassen durch Johannes auf der Insel Patmos, der in der Verbannung dort Gott begegnet ist und diese Offenbarung geschrieben hat. Bilder sind zu verstehen in der jeweiligen Situation der Menschen. Ich muss Folgendes hinzufügen. Wir haben nur unsere Lebenszeit, um uns mit Gott in Verbindung zu setzen, um die Entscheidung zu treffen für oder gegen Gott. Und die... Darauf vertrauen, wenn ich sie lese, kann ich sie auch verstehen und bin nicht auf Theologen oder Interpreten angewiesen. Darf ich mir das zutrauen? Nein, natürlich. Gott würde uns Menschen nicht ansprechen, wenn er es sich nicht so ausgedrückt hätte durch die Propheten, durch die Apostel, dass wir ihn verstehen. Ja, sein Wort ist ein Wort an jeden Menschen, auch an den einfachen Menschen. Und Gottes Wort ist von dem tiefsten Inhalt her, vom Evangelium her, in jeder Bibel, in jeder Übersetzung zu verstehen. Ob das jetzt eine moderne Übersetzung ist oder eine genauere Übersetzung, die sich mehr an den Grundtext hält. Es gibt aber auch christliche Richtungen, die sagen, der Mensch alleine, also sozusagen der Laie, der gewöhnliche Mensch, kann die Bibel nicht auslegen. Er ist angewiesen auf, ob das jetzt Pfarrer, Pastoren oder Hirten sind, angewiesen, um die Bibel interpretieren zu können. Nur einige wenige sind auserwählt, die Bibel zu verstehen und sie auch auszulegen. Also ich denke, dass das ein Ansatz ist, der so nicht stimmen kann. Ja, wir sind nicht angewiesen darauf, wenn Gott uns direkt anspricht durch sein Wort, dass da noch andere uns erklären, wie man es verstehen muss. Es ist sicher bei einigen Bibeltexten, und die habe ich ja in dem Buch auch angeführt, nicht so einfach, das zu verstehen, was im Zusammenhang jetzt gemeint ist. Das Problem kommt eigentlich gerade durch die Theologen, die jetzt ihre Steckenpferde reiten, die ihre gewissen Voraussetzungen mitbringen, wie sie die Bibel verstehen und wie sie dann meinen, ihr Verständnis auch vermitteln zu müssen. Das verkompliziert die Sache. Gottes Wort ist so zu verstehen von jedem Menschen, wie Gott uns auch anspricht. Würde das heißen, die eigentliche Botschaft, die die Bibel hat, dass Gott mir eine Botschaft geben will zum Verständnis, wie zum Beispiel, er ist Schöpfer, Erhalter, er ist Erlöser, das kann im Grunde jeder einfache Mensch verstehen. Wenn es um gewisse Spitzfindigkeiten geht, wo man sagt, okay, da brauche ich ein historisches Lexikon oder irgendein Sprachlexikon, um das besser auslegen zu können, dann bin ich auf gelehrte Menschen angewiesen. Aber den eigentlichen Inhalt, den kann jeder verstehen. Genau, das sehe ich also auch so. Und der eigentliche Inhalt ist das Evangelium. Das ist der allmächtige Gott, der uns geschaffen hat, dass er das große Problem, in dem wir leben, und unter dem wir leiden, löst. Nämlich, wie werde ich mit meiner Schuld fertig? Ja, Gott hat ja gesagt, wer sündigt, der muss sterben. Er passt nicht in meine heile Welt. Er wird nicht auf der neuen Erde leben können. Und durch das Opfer seines Sohnes, dadurch, dass Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, ist die Möglichkeit da, dass er uns Sünde vergibt. Und diese Botschaft, dieses Evangelium... ...noch verstehen, diese Dinge zu interpretieren. Gut, also eine gute Übersetzung kann natürlich sehr hilfreich sein. Aber für mich ist zunächst mal wichtig, es gibt vier Evangelien, die sich auch gegenseitig erklären. Wer also den Paralleltext von Lukas dann in Matthäus liest, der hätte jetzt schon als einfacher Leser den Hinweis, dieses Hassen bedeutet eigentlich mehr lieben oder weniger lieben. Ja, man kann innerhalb der Heiligen Schrift durch diese vergleichenden Texte und das gerade bei den Evangelien schon sehr viel Klarheit gewinnen. Aber, und das war der Inhalt meines Buches, ich habe dann immer versucht, mir zu überlegen, Christus hat ja Aramäisch gesprochen, welche Begriffe hat er benutzt? Und bin dann von diesen hebräischen Begriffen ausgegangen, die vom Inhalt her sehr viel umfassender sind, um dann den Text noch tiefer zu verstehen, noch klarer zu verstehen. Aber das Buch geht ja nicht nur auf Text im Neuen Testament, sondern auch auf Text im Alten Testament ein. Ja, natürlich. Ist das Alte Testament hier vielleicht weniger missverständlich? Ja, man muss auch im Alten Testament jetzt das Problem des Übersetzers sehen. Er hat einen hebräischen Begriff, nehmen wir mal diesen bekannten Begriff Shalom, der ja sehr viele Begriffsvarianten hat. Das kann ja heißen Heil und Frieden und Gesundheit und Segen. Und der Übersetzer aus dem, was er aus dem Zusammenhang erkennt, wählt jetzt aus diesen vielen Möglichkeiten der hebräischen Verstehensvarianten den aus, der ihm am nächsten liegt. Ja, insofern kommt es schon auf den Übersetzer an, wie er den Text empfindet und rüberbringt. Wie kann ich als Mensch, der überhaupt kein theologisches Studium hat, der die Bibel das erste Mal in der Hand bekommt, darauf vertrauen, wenn ich sie lese, kann ich sie auch verstehen und bin nicht auf Theologen oder Interpreten angewiesen. Darf ich mir das zutrauen? Ja, natürlich. Gott würde uns Menschen nicht ansprechen, wenn er sich nicht so ausgedrückt hätte durch die Propheten, durch die Apostel, dass wir ihn verstehen. Ja, sein Wort ist ein Wort an jeden Menschen, auch an den einfachen Menschen. Und Gottes Wort ist von dem tiefsten Inhalt her, vom Evangelium her, in jeder Bibel, in jeder Übersetzung zu verstehen. Ob das jetzt eine moderne Übersetzung ist oder eine genauere Übersetzung, die sich mehr an den Grundtext hält. Es gibt aber auch christliche Richtungen, die sagen, der Mensch allein, also sozusagen der Laie, der gewöhnliche Mensch, kann die Bibel nicht auslegen. Er ist angewiesen auf, ob das jetzt Pfarrer, Pastoren oder Hirten sind, angewiesen, um die Bibel interpretieren zu können. Nur einige wenige sind auserwählt, die Bibel zu verstehen.